Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten, ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den April 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich habe selber einen Krebsaszendenten und ich möchte euch durch die Konstellationen des Monats begleiten. Ja, ihr lieben Krebse, es wird ein gefühlvoller Monat für euch, aber auch mit vielen wechselhaften Gefühlen, es wird sicherlich einiges auf und ab geben. Aber die Liebesplaneten stehen die meiste Zeit günstig zur Krebssonne. Singles können leicht ihr Herz verlieren, sollten aber sehr vorsichtig sein, sie könnten sonst verletzt werden. Fest liierte Krebse sollten sich auf schöne Momente mit ihrem Schatz konzentrieren, aber falls es Probleme gibt, diese auch offen ansprechen. Mehr dazu gleich, jetzt erstmal noch der Hinweis, dass es auch diesmal wieder etwas bei mir zu gewinnen gibt und wenn ihr wissen wollt, was und wie es geht, dann bleibt bitte dran bis zum Schluss des Videos. So ihr Lieben, jetzt schauen wir in euren Erlebnishintergrund in die langsam laufenden Planeten, die für euch wichtig sind. Zunächst mal eine sehr schöne Romantik-Konstellation, das ist nämlich ein positiver Aspekt zu Romantikplanet Neptun. Er steht hier in den Fischen und bildet ein Trigon, hier einen blauen Aspekt zur Krebssonne und damit gut für euch. Das inspiriert euch sehr, weil es auch im neunten Haus der Inspiration und der Pläne steht. Ihr seid bestimmt sehr fantasievoll und es fällt euch leicht, euch, wenn ihr verliebt seid, eine rosige Zukunft auszumalen. Es fällt euch vielleicht auch leicht, euch überhaupt auszumalen, dass ihr verliebt seid, auch wenn es vielleicht noch in Wahrheit gar nicht der Fall ist, das kann auch passieren, aber es ist jedenfalls eine beschwingte romantische Energie und man glaubt an die Liebe und ist bereit, sein Herz zu öffnen. Diejenigen Krebse, die das haben, haben sehr gute Chancen, sich auch langfristig zu verlieben und diesen schönen Aspekt bekommen zurzeit die Geburtstagskinder, die zwischen dem 2. und 7. Juli Geburtstag haben. Genau, kommen wir jetzt zu den Herausforderungen, die auch mit dem Auf und Ab zu tun haben, was ich erwähnt habe. Ihr habt ja schon seit längerer Zeit hier den Wandlungs- und Transformationsplaneten Pluto im Partnerhaus stehen. Viele Krebse haben Beziehungen, durch die sie sich stark verändern oder auch Beziehungen, die sich insgesamt verändern. Sie wandeln sich. Manche stecken auch in einer Wandlungskrise, muss man auch sagen. Pluto ist halt auch der Planet der Krisen. Der bringt nämlich die Krisen, die einen dazu bringen, sich wirklich zu verändern. Denn wenn alles normal und bequem läuft, dann ändert man ja auch nichts. Und das ist eben diese Kraft von Pluto. Für manche läuft es gut, die lernen einfach jemanden kennen, der ganz toll, ganz spannend, ganz tiefschürfend ist. Pluto ist ja auch so eine Skorpion-Energie, vielleicht auch ein Skorpion-Mann, vielleicht auch ein Steinbock-Mann, weil der jetzt, Pluto eben im Steinbock steht, der sie wirklich herausfordert, in ihrem Leben was zu ändern. Wenn das positiv läuft, wunderbar. Nur müsst ihr bitte aufpassen, dass nicht Leute versuchen, euch Vorschriften zu machen und euch Druck auszuüben, dass ihr etwas so tun wollt, wie sie es gerne haben möchten. Das kann nämlich auch passieren mit dieser Konstellation. Und diesen Aspekt spüren besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 5. und 14. Juli Geburtstag haben. Und die haben nun in diesem Monat gleichzeitig auch noch Jupiter im Quadrat dazu, also in einer Spannung dazu. Jupiter ist ja eigentlich ein wohlmeinender Planet und er steht auch insofern schön für euch, weil er im Haus der Familie steht. Viele Krebsgeborene haben sehr schöne Zeiten mit der Familie, ist viel los zu Hause, kann ich von mir bestätigen. Ich bin ja Krebs-Ascendent und gerade in letzter Zeit hatten wir ständig Besuch, ständig wollten Leute in meinem Gästezimmer übernachten und ich habe da ja Spaß dran. Ich liebe es, wenn viele Menschen um mich rum sind und so geht es euch krebsen sicher auch. Aber der Jupiter steht eben jetzt in Spannung hier und das macht die Sache ein bisschen heikel und insofern ist dieser Aspekt diesen Monat schon, kann der schon ein bisschen krass wirken. Darauf gehe ich gleich noch ein, wenn ich das für den Monat für euch deute. Aber was ich in der kosmischen Schwingung gesagt habe, dass es zum Beispiel Probleme geben kann hier mit Geld, ja, dass man sich vielleicht verschuldet, dass man sich vielleicht übernimmt, zum Beispiel um im Heim etwas möglich zu machen, etwas zu ändern, zu renovieren, zu verschönern und vielleicht ist der Partner damit nicht einverstanden. Das wäre zum Beispiel ein bedenkbares Szenario. Also übernehmt euch nicht, gerade diesen Monat, ich würde so größere Finanzentscheidungen echt ein bisschen verschieben, zumal diesen Monat auch noch Merkur rückläufig wird, die Venus rückläufig ist noch. Also entspannt euch da und verlangt euch selber nicht zu viel ab und dem Partner auch nicht. Gerade auch im Hinblick auf die Osterferientage. Also Krebs sind ja Familienmenschen und lieben es oft Ostern in der Familie zu feiern und damit es da nicht zum Streit kommt. Immer schön alles locker angehen und euch bitte nicht überfordern mit den Plänen, die ihr macht, was ihr da alles für Aktionen schmeißen wollt. Wie gesagt, dieser Aspekt wirkt jetzt besonders auf die Geborenen vom 14., Entschuldigung, vom 5. bis 14. Juli. Dann gibt es ja noch das Quadrat zu Uranus. Das ist hier im Widder der Uranus, der steht in Spannung zu eurer Sonne und zwar im Haus der Karriere. Das ist einerseits eine gute Nachricht, weil ihr viele Möglichkeiten habt, voranzukommen, auch ganz überraschende Möglichkeiten. Aber mit Uranus ist es eben ein bisschen holprig, ein bisschen abrupt. Also es ist nicht so, wie es der Krebs gern hat, so gemütlich und nett und harmonisch, sondern es ist rau. Mit Uranus geht es ein bisschen rau zu. Aber es ist eben auch so, dass Dinge auf euch zukommen, die euch zwingen, wach zu sein und Chancen zu ergreifen. Aber das Ganze eben in Spannung zur Krebssonne, auch in Spannung hier zu Pluto und Jupiter, das bedeutet eben, dass da vielleicht auch Kompromisse gemacht werden müssen oder dass es euch zu viel wird. Es kann ganz einfach sein, dass es euch zu viel wird. Aber diesen Monat haben wir ja Osterferien und diejenigen von euch, die sich freinehmen können, die können diesem Druck, der da so aus der Chefetage kommt, ganz gut entgehen, sollten aber eben nicht den Fehler machen, sich jetzt für die Freizeit unglaublich ehrgeizige Ziele zu setzen, damit es eben nicht darüber auch zu Spannungen in der Familie oder mit dem Partner kommt. So und das Quadrat Uranus wirkt besonders auf die Geborenen vom 14. bis 20. Juli. Und dann ist für euch noch wichtig, dass die Venus, die während ihrer Rückläufigkeit zurück ins Zeichen Fische läuft und dort dann für euch einen positiven Aspekt bildet und das spüren besonders die Geburtstagskinder, die vom 19. bis 22. Juli Geburtstag haben. Die sind dann auch so ein bisschen gefordert, auszugleichen und mitzuhelfen, wenn andere Probleme haben. Denn die Venus, die gerät so ein bisschen unter Druck und da sie aber zu euch positiv steht, könnt ihr vielleicht mithelfen, wenn andere unter Druck stehen und ihr seht das und ihr habt ja ein großes Herz. Also schaut euch mal um, wer vielleicht auch einfach mal ein verständnisvolles Gespräch braucht und fahrt da ruhig mal ein bisschen eure Antennen aus, weil das ist ja auch euer Ding, anderen seelisch beizustehen. Gut, kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Wir fangen an mit dem Neumond vom 28. März. Der gibt für euch das Thema vor und tatsächlich geht es um die Karriere, um Neuanfänge, was eure nächsten Ziele angeht. Jetzt für den nächsten Monat könnt ihr darüber nachdenken, es sei denn eben, ihr macht Osterferien und kümmert euch da jetzt erst mal nicht drum. Aber diejenigen, die jetzt ehrgeizig sind und da viel zu tun haben, für die ist das eine gute Sache, aber denkt auch über eure persönlichen Ziele nach. Das zehnte Haus sind auch persönliche Ziele, die man erreichen will. Aber wie gesagt, nicht zu ehrgeizig. Die Ziele müssen so sein, dass sie Luft lassen, dass sie anderen auch Freiraum lassen, dass sie euch selber auch Freiraum lassen, weil sonst zwängt ihr euch da in was ein und dann ist Streit und Spannung programmiert. Genau, also darüber könnt ihr mal nachdenken zum Neumond und dann startet der Monat auch weiterhin mit vielen Planeten bei euch im Karriere und im Zielhaus. Sonne, Uranus, die rückläufige Venus ist dabei. Und der Merkur ist aber dann schon in den Stier gelaufen, bildet einen guten Aspekt zur Krebssonne und steht weiterhin auch für berufliche Entwicklungen gut. Und auch der Mars steht da gut und unterstützt euch im Zeichen Stier. Sieht man hier, elftes Haus, gehört auch noch so zur Öffentlichkeit, also für diejenigen, die ehrgeizig sind. Und es ist auch der Bereich Freundschaft. Und da wird es jetzt für euch ganz prickelnd und ganz wichtig. Ich habe ja in der kosmischen Schwingung erwähnt, Jupiter-Pluto kann bedeuten, dass sich ein Freund von außen in die Beziehung einmischt oder vielleicht eben auch ein Geheimnis aufgedeckt wird von einer dritten Person. Und da steht ihr jetzt so ein bisschen dazwischen. Wie kann das für euch werden? Also ihr habt ja hier den Mars im Haus der Freunde und der steht jetzt, der bildet also Anfang des Monats einen starken Aspekt hier zu Pluto bei euch im Partnerhaus. Das ist eigentlich eine sehr gute Konfiguration, denn das bedeutet Freundschaften und die Partnerschaft gehen Hand in Hand. Aber jetzt haben wir ja hier dieses Quadrat eben zu Jupiter. Und der steht im Haus der Familie. Also da ist irgendwo eine Spannung drin. Vielleicht tut sich auch der Partner mit einem gemeinsamen Freund zusammen und ihr steht plötzlich im Abseits. Also das ist nicht so eine ganz einfache Konstellation, aber man kann auf jeden Fall was daraus lernen. Das sieht man hier dran, dass das hier blau, rot und grün ist. Das bedeutet immer, die Erfahrungen, die ihr jetzt macht, da könnt ihr was daraus lernen, da könnt ihr was mitnehmen über euch selbst, über eure Beziehung oder über euren Partner. Aber achtet eben drauf, dass nicht vielleicht Freunde auch zu aggressiv vorgehen. Mit Mars hier im Freundschaftshaus kann es eben auch sein, dass jemand es gut mit euch meint und euch gleich überfährt mit einer Idee, die er hat oder Ratschlägen für die Beziehung. Ihr kennt doch den Spruch, Ratschläge sind auch Schläge. Also müsst ihr diesen Monat aufpassen. Als Krebse lässt man sich auch gerne leicht beeindrucken von dem, was jemand sagt, besonders wenn er sagt, ich meine es doch nur gut mit dir. Achtet darauf, dass eben sich nicht ein Freund mit eurem Partner zusammentut und das vielleicht gegen euch geht. Also da müsst ihr, glaube ich, ganz eng mit dem Partner, mit dem festen Partner auf Tuchfühlung bleiben, dass da nicht eben Dritte reingrätschen können in eure Beziehung. Wenn ihr aber jetzt dahingehend keine Probleme habt und unbelastet seid, ist das natürlich ein guter Aspekt, auch um erfolgreiche Begegnungen zu haben und vielleicht auch sogar geschäftlich was Gutes einzufädeln mit einem wichtigen Geschäftspartner oder so. Dafür kann der Aspekt halt sehr gut sein, dann könnte das Quadrat bedeuten, dass es wieder zulasten eurer Familienzeit geht. Also irgendwo ist immer was in diesem Monat. Irgendwo ist immer eine Spannung drin. Dem entgehen wir diesmal nicht und deswegen müssen wir wach bleiben und auch gelassen bleiben und, wie ich in der kosmischen Schwingung schon gesagt habe, auch mit einer gewissen Reife da rangehen. Auf jeden Fall kann das eben auch bedeuten, dass einflussreiche Freunde euch den Rücken stärken. Und dieser Aspekt mit Mars, der dauert insgesamt bis zum 21. und bis zum 8. April betrifft er die zweite Dekade und bis zum 21. April dann die dritte Dekade. Am dritten selber ist aber auch gleich ein Top-Tag für euch, denn ihr habt eben eine sehr romantische Ausstrahlung. Hier der Mond in eurem Zeichen und der zieht praktisch die Energie hier vom Neptun zu euch hin nochmal. Also wer romantisch unterwegs ist, sollte sich vielleicht an dem Tag mit seinem liebsten treffen und denjenigen um den Finger wickeln. Ein schöner Top-Tag ist auch für euch am 7. Da findet ihr die richtigen Worte, um jemanden mitten ins Herz zu treffen und vielleicht auch dadurch zu erreichen, dass sich jemand in euch verliebt. Denn hier haben wir den Mondknoten, der Seelenpartner und hier haben wir die Begegnung über gemeinsame Gespräche. Es kann sogar jemand sein, der direkt in der Nähe wohnt. Drittes Haus und echt immer so Nachbarn und Leute, denen man einfach so über den Weg läuft. Also haltet da mal die Augen offen. Ist ein Top-Tag für euch. Obwohl wir dann langsam in die kritische Phase reingehen ab dem 7., wenn das eben hier losgeht, dass die Sonne hier oben im Widder dieses Dreieck hier vervollständigt und damit diese Spannung einfach weiter steigen lässt. Und die Spannung spielt sich bei euch ab zwischen eurer Karriere und euren Zielbestrebungen eurer Familie und dem Partner oder eben auch dem Flirtpartner. Da müsst ihr gucken. Deswegen habe ich gesagt, auf und ab, weil es sicherlich Situationen geben wird, wo ihr sagt, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich hier eine Anforderung, da eine Anforderung, da eine Anforderung. Um wen kümmere ich mich? Wie gehe ich jetzt damit um? Und die Krebse sind dann schon, die werden dann schon gerne ein bisschen nervös, weil sie das eigentlich nicht mögen, wenn von allen Seiten an ihnen gezerrt wird. Die haben eben lieber eine Harmonie und die haben die Sachen eigentlich auch gerne unter Kontrolle. Und was soll ich sagen? Die Familie wird euch wahrscheinlich unterstützen, einfach weil hier der Jupiter steht. Und mit dem Partner müsst ihr einfach reden, müsst ihr ins Gespräch kommen. Ich habe ja im Jahreshoroskop schon gesagt, dass die Psychologie, eure Psychologie dieses Jahr ein bisschen so ist, dass ihr auch dazu neigt zu schmollen und zu erwarten, dass der Partner weiß, was mit euch los ist. Und das ist aber eben nicht der Fall. Also wenn ihr was auf dem Herzen habt, dann sprecht es bitte, bitte an. Das hatte ich jetzt auch gerade, diese Situation, wieder Krebsaszendent. Und siehe da, das Problem, wo ich zwei Wochen dran rumgeschmollt hatte und nicht wusste, wie ich es ansprechen sollte, hat sich dann ganz einfach gelöst. Ja, einfach, weil mein Herz aller Liebster völliges Verständnis hatte und dann auch wirklich was geändert hat, ja, nachdem wir gesprochen hatten. Also es ist wahrscheinlich auch alles gar nicht so schlimm. Wenn ihr ein gutes Verhältnis zu eurem Liebsten habt, dann lasst nicht zu, dass irgendwelche Sachen zwischen euch stehen, weil ihr darüber brütet und vielleicht sauer werdet und euer Liebster hat gar keine Ahnung, was mit euch los ist. Und dass es diesen Monat, also im April, jetzt nochmal ganz besonders verschärft. Das ganz wichtig ist, dass man da nicht säuerlich wird und sich die Ecke zurückzieht, während andere vielleicht gar nicht wissen, was los ist. So, und lasst lieber euren Charme raushängen. Ihr seid doch sehr charmant und dabei unterstützt euch die Venus auch. Am 10. wird ja dann auch noch der Merkur rückläufig, hier oben im Stier. Das kann dann also auch nochmal zu Missverständnissen führen. Da gilt dann auch, lieber nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, sondern wirklich auch anderen zugestehen, dass sie vielleicht einfach mal was falsch verstanden haben. Der Vollmond ist natürlich für euch auch sehr wichtig. Ihr seid ja Krebs und deswegen sehr stark mondgesteuert. Und der kann vielleicht ein Licht drauf werfen, wie ihr diese ganzen Sachen unter einen Hut bringen könnt, wie ihr eure Ziele, Lebensziele oder Karriereziele mit euren Wünschen an die Familie und an euer Heim in Einklang bringen könnt. Und klar, dann ist hier jemand in Spannung dazu. Vielleicht ist das auch ein Flirtpartner, der überhaupt kein Verständnis hat dafür, was sonst so in eurem Leben läuft. Das könnte auch sein. Und wenn es der feste Partner ist, muss der eben eingebunden werden. Auch wenn es schwerfällt. Okay, dann habt ihr am 13. nochmal einen Top-Tag. Da würde ich sagen, nehmt euch Zeit zum Kuscheln, denn da aktiviert der Mond den Bereich in eurem Horoskop, wo es um Liebe und Sexualität geht und wo man dann einfach mal sich ein bisschen Zeit zu zweit nehmen sollte, wenn es denn geht. Das ist ein Donnerstag. Und am 15. wird die Venus wieder direktläufig hier oben in den Fischen. Und dann ist eben weiterhin bei euch diese gefragt, dass ihr geduldig diese Konflikte löst, die vielleicht eben auch mit eurer Jobsituation zu tun haben. Das eine sind ja die Ziele hier oben und dann geht es auch um den Berufsalltag. Und das wird jetzt durch dieses Quadrat hier aktiviert. Was ist da bei euch los? Wie könnt ihr euch da organisieren? Das kann eventuell auch ein Gesundheitsthema sein, weil es ja hier sechstes Haus ist, Saturn im sechsten Haus. Ich bin als Krebsaszendent ja auch davon betroffen und muss sagen, dass ich also viele Zipperlein habe, seit Saturn in meinem sechsten Haus ist. Also das kann es auch sein, dass ihr vielleicht einfach merkt, dass ihr euch mehr um eure Gesundheit kümmern müsst oder dass eben Zipperlein euch davon abhalten, euch irgendeinem Liebesrausch hinzugeben. Andererseits ist natürlich so, dass der Liebesrausch auch immer heilend wirkt. Also ist immer gut, wenn man jemanden hat, dann eben auch mal zu kuscheln, Körperkontakt, Streicheleinheiten. Das wirkt heilend, ganz egal, wo es einen zwickt und drückt. Wäre jetzt nochmal so ein Tipp von mir. Ja, dieses Quadrat, wie gesagt, fängt dann so um den zehnten rum an und hält an bis zum 21. und kann da eben auch nochmal Druck ausüben. Und da steckt auch wieder das Thema drin, geben und nehmen. Das habe ich ja in der kosmischen Schwingung beschrieben. Und das ist jetzt nochmal wichtig, was ich eben gesagt habe. Ich wiederhole es nochmal. Wenn was ist, was euch vor der Brust liegt, sprecht es an mit eurem Herz aller Liebsten. Wenn ihr irgendwo euch vernachlässigt fühlt oder wenn ihr selbst merkt, ich habe im Moment nicht so viel Zeit für die Beziehung, wie ich es gerne hätte, weil hier so viel los ist in meinem Karrierebereich, sprecht es an. Und vielleicht ist eben auch Ostern eine Gelegenheit, wo man erst mal darüber reden sollte, ob man die ganze Familie einlädt oder ob nicht vielleicht der Partner euch mal für sich haben will. Also immer über alles reden und nicht zulassen, dass sich da so ein Groll anstauen kann. Dann habe ich aber nochmal einen Top-Tag für euch am 17. Da habe ich geschrieben Seelenbegegnung möglich. Also ihr habt dann den Mond, der euer Partnerhaus aktiviert und gleichzeitig bildet hier der Mondknoten, der auch günstig zu euch steht. Also der Begegnungsfaktor. Hier einen guten Aspekt zu Merkur. Also haltet mal da die Augen offen, ob da nicht vielleicht was geht. Dann entsteht nämlich, während der Mond hier durchgeht, entsteht dann auch so ein Dreieck, was eben zu einer Seelenbegegnung führen kann. Und dann am 19. geht die Sonne ins Zeichen Stier. Das ist positiv für euch. Das ist eine stärkende Kraft. Belebt dann auch wieder das Freundschaftsthema. Und vielleicht ist da ja auch gar nichts Schlimmes passiert. Auf jeden Fall ist es eine gute Zeit, um vielleicht auch auf Freunde wieder zuzugehen. Und eure Freunde erscheinen euch vielleicht dann auch in einem neuen Licht. Und Merkur, der ist ja dann rückläufig und geht zurück ins zehnte Haus nochmal bei euch und könnte euch dazu verführen, ziemlich verstiegene Pläne zu entwickeln für eure Fortkommen. Und da empfehle ich wirklich erstmal abwarten. Bis zum 3. Mai auf jeden Fall abwarten. Auch bis dahin möglichst keine Verträge unterschreiben betreffend eines neuen Jobs oder so, wenn es irgendwie geht, sondern abwarten. Und bevor man etwas sagt oder auch bevor man etwas unterschreibt bis zum 3. Mai, dann wird der Merkur ja wieder direktläufig. Am 21. wird der Mars dann das Zeichen wechseln. Er geht vom Stier in die Zwillinge, damit in euer zwölftes Haus. Und Mars ist ja so der Faktor für Schwung und Energie. Dann kann eine Zeit beginnen bis zum 6. Juni, wo ihr euch vielleicht ein bisschen müder fühlt, wo ihr das Gefühl habt, ihr seid etwas schlapper und habt weniger Energie als sonst. Damit muss man daneben umgehen. Vielleicht dann nicht gerade sportliche Höchstleistungen außer Ferien. Vielleicht was Gemütliches machen, sich entspannen. Mars im zwölften Haus kann aber auch heißen, dass irgendjemand hinter eurem Rücken was gegen euch vorhat. Da müsst ihr eventuell auch ein bisschen drauf achten. Vielleicht habt ihr auch jemanden verärgert. Nicht, dass da jemand, das kann sogar ein abgewiesener Liebhaber sein. Also da ein bisschen drauf achten auch. Und ansonsten einfach mal öfter ausruhen. Und das betrifft in diesem Monat die erste Dekade des Zeichens Krebs. Dann haben wir am 26. den Neumond. Und der beleuchtet dann das Thema Neuanfänge in Freundschaften oder auch Freundschaften in einem neuen Licht betrachten. Vielleicht auch gerade nach dieser Krise, die sich vielleicht im April ergeben hat. Aber das würde sich da auch lohnen, über das Thema nachzudenken oder eben auch zu überlegen, wen möchte ich jetzt mal wiedersehen, wen möchte ich einladen, wen habe ich vielleicht sogar vernachlässigt. Das wäre ein Thema für den Neumond. Genau. Und dann am 28. geht die Venus wieder zurück ins Zeichen Witter oder geht dann wieder vorwärts. Und das ist bei euch dann wieder im Karrierehaus. Da habt ihr also eine gute Ausstrahlung und könnt vielleicht beruflich eine schöne Präsentation euch überlegen in den kommenden Wochen. Das ist auf jeden Fall gut fürs berufliche Fortkommen. Aber denkt dran, solange der Merkur noch rückläufig ist, besonders in diesen Tagen auch genau hier zusammen mit dem Uranus, da können also allzu ausgefallene Ideen in der Karriere missverstanden werden. Zum Tanz in den Mai geht der Mund dann in den Krebs. Also bringt dann für euch nochmal eine schöne Ausstrahlung und deswegen solltet ihr ruhig losziehen. Wenn ihr von jemandem erwartet, dass er euch einen Maibaum aufstellt, dann lasst denjenigen das irgendwie durch die Blume wissen. Denn wenn ihr jetzt zu hohe Erwartungen stellt, könnten die vielleicht enttäuscht werden. Aber ansonsten denke ich, dass es ein schöner Abend für euch wird. Ja, meine Lieben, soweit die Konstellationen im April für euch. Am 24. März habe ich übrigens noch mal das Webinar Antonias Sterne. Falls ihr also eine Frage zu eurem Horoskop habt, könnt ihr da mal mitmachen. Ich habe hier so eine Infokarte hinter diesem kleinen I versteckt, die sich zu meiner Webseite verweist, wo ihr alle Infos darüber finden könnt. Ja, und dann jetzt zur Verlosung. Diesmal könnt ihr ein schriftliches Partnervergleichshoroskop gewinnen bei mir. Das kriegt ihr dann als PDF. Und wenn ihr das gewinnen wollt, dann müsst ihr meinen Kanal abonnieren und mir einen netten Kommentar posten. Dann seid ihr dabei. Eine Beratung, eine persönliche, könnt ihr natürlich auch bei mir buchen. Alle Infos dazu gibt es auf meiner Webseite. Und jetzt verabschiede ich mich von euch und wünsche euch alles Gute mit den Sternen.